hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal poste heute gibt es ein erwünschtes von euch sehr stark gefragtes video und zwar ein partagamen asmr video mit dabei ist heute mal wieder die kamera frau meine schwester wir haben jetzt paar sachen vorbereitet für euch zuvor war es worauf das bike schon ganz scharf ist hier so jetzt sieht man es salat und wir werden auf seinem rücken ein bisschen entlang fahren die geräusche auf ich zeige euch erst mal die geräusche der zuvor war oder wird er schon aktiv so ist gut jetzt bekommt er ein form jetzt bekommt er ein form so 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 hast du noch was dazu zu sagen der ging sehr schnell runter bisschen salat vielleicht weißt du was ich will einfach hä ich will einfach pass auf dass man dich im spiegel nicht sieht ja ich will nicht übrigens freunde ich war ja beim friseur wie ihr gerade schon gesehen habt wenn es euch aufgefallen ist schreibt es gerne in die kommentare ich zeige euch mal das habe ich gestern gemacht ich zeige euch mal das habe ich gestern gemacht ich habe das mal hier vor allem auf dem karton klingt es natürlich noch viel geiler auf dem karton hier auf dem karton hier ist nicht gut geht das auch ein bisschen satisfying zwei also gut fürs video nein das ist gut haha das ist ein bisschen braut vor allem ich will halt dass er einfach ein bisschen salat frisst mach das bitte weg ich will halt dass er auch frisches salat frisst jetzt vor allem das muss richtig laut sein guck mal guck mal ah he 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 scheiße wupf 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 Aber nur so? Ja. Was macht ihr? Was macht ihr? Das passt. Was machen die da? Oh! Festhalten! Lass los! Lass mal los! Ist ausgegangen! Ist ausgegangen! Nicht! Jetzt! Mit Spiegel bisschen. Genial! Bisschen weg! Jetzt gehts weiter! Oh Freunde! Nice! Er hat den Spiegel entdeckt. Ach mal die, ich will so schnell! Ist so laut! Schnellen! Never번! What? Guck mal einen, weiter weg. Da ist er. Da ist ein Fehler drin. Oh ja. Achtung. Wir haben das gemacht. Wie ist das? Das ist leer. Oh, alt. Das ist leer. Dann machen wir es raus, okay? Oder kannst du es so halten? Nee, ich weiß nicht. Oh, da ist ja ein Wurm. Da. Ist der mit deinem Wurm? Ja. Echt? Keine Ahnung. Ich hab ihn so gehalten. Freunde, jetzt gibt's gleich die Rückengeräusche. Auch wenn ich den mal wegbekomme, der klemmt. Echt? 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 Ich hab den gerade fast aufs Fingern. Okay. Jetzt gibt es die Rückengeräusche. Auch das Rückengeräusche. Das ist sehr angenehm. Wie ihr seht, wenn ihr den Da geht der Rücken anbreiter, weil es angenehm ist. Ich kenne die ganze Zeit, die Kameras hier und da unten. Das ist dein Kloch. Genau. Ein bisschen Salat. Jetzt habe ich es dir schmackhaft gemacht. Das klingt, als wäre es ein Kloch. Oh ja. Wir müssen mal lustern. Weil es ist einfach ein Kloch. Wir können auch so ein bisschen reden. Ich meine, dann ist ein bisschen mehr Bass in der Stimme. Ich versuche nur, dass er ein bisschen Salat frisst. Ganz ruhig, weiter weg. Boah, wie nah gehst du dran? Mach mal so von oben. Ein bisschen. Ein bisschen von oben halt. Oh cool. Jetzt hat er schon. Hier ist gar keiner. Wie findet ihr meine Frisur übrigens? Ich finde, das ist die beste Frisur, die jemals ein Kanake mir geschnitten hat. Südöstliche. Fress. Es schmeckt sehr gut. Das ist frischer Salat. Frisch. 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 Fressur für ein YouTube- będzie". Achtung, gegen den Spiegel. Hallo, was sagen Sie dazu? Wollen Sie kein Mikrofon vor das Gesicht? Wahrscheinlich nicht. Jetzt steht er auf seinem Mittagessen. Das macht er schon genau. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war es dann mit diesem ASMR-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, Abo und kommt da, wie es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wir setzen den Spike jetzt wieder unter die Wärmelampe. Schauen wir mal, ob es da auch noch ein paar coole Geräusche gibt. Und dann sehen wir, ja, bis gleich. So, Freunde. Jetzt zeige ich euch die Geräusche, wenn Spike auf seinen Wärmespot geht. Danke. Ey, ich bin aufgeregt. Okay, Freunde, dann lassen wir den Spike jetzt allein. Hier müssen wir noch aussaugen. Ein bisschen Sand ist drin. Aber eher auf der anderen Seite. Gut, dann willst du ihm dann noch was füttern? Also nach dem Video. Ein paar Vorbars. Äh, zu Vorbars. In die Hand. Machen wir dann später. Gut, dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Kannst mich filmen. Genau, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr ASMR-Videos von Spike sehen wollt. Und haut rein. Bis dann. Liken, abonnieren, teilen. Und wir sehen uns in der nächsten Video. Peace out. Ciao. 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 Ciao.